Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem Drittaccount und ich möchte jetzt erst einmal hier diesen Code einlösen, diesen hier, weil wir beim letzten Mal ja in der Kampagne die Stufe 3.10 abgeschlossen haben, sollte das jetzt eigentlich klappen. Da war ja auch angezeigt worden, dass man da die 40 Schriftrollen bekommt. Hey, da sind sie. Haben wir die schon mal. Also das ist, wie man sieht, ist der jetzt auch weg. Also der Code ist nur für Leute, die das Spiel neu anfangen und dann die Stufe 3.10 geschafft haben. Und wir gehen jetzt erst mal gucken, ob wir hier eventuell nicht viel weiter kommen. Und dann gehen wir in den Traumlandturm. Wir sind jetzt hier bei Stufe 11. Mal gucken, ob wir da noch weiterkommen. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Kaputt. Ich mag das ja, wenn ich Helden habe, die dann mit einem Schlag so einen ganzen Batzen von Gegnern außer Gefecht sitzen. Und das läuft bei Sigmund momentan ganz gut. Ich mal bedenke, ich habe den auf beiden meiner anderen Accounts noch nie genutzt. Auch Barock nicht wirklich. Norma denke ich schon, aber Sigmund und Barock weiß ich, die hatte ich definitiv nicht. Aber wie gesagt, man muss ja auch gucken, was einem so zu Anfang ausgespielt wird. Was man dann zur Verfügung hat. Da kann man so nicht ganz so picky sein. Dann muss man erst mal gucken, dass man mit dem auskommt, was man hat. Und dann sehen, dass man vielleicht drauf zusteuert, dann bessere Helden dazu zu bekommen. Die einem dann langfristig mehr bringen. Also ich hoffe schon, dass ich hier in naher Zukunft dann schon eine Eloise kriegen könnte. Das wäre ganz toll, weil die eben gerade so zum Anfang des Spiels richtig gut ist und einen auch wirklich sehr weit bringen kann. Auf meinen anderen Accounts habe ich mir die erst ziemlich spät zugelegt. Und bin dann damit auch endlich weitergekommen, nachdem ich lange Zeit festgesteckt habe. Aber wer meine Videos guckt, der weiß das auch. Und jetzt sind wir bei Nummer 20. Mal gucken. Wundervoll, haha, alles klar, dann wollen wir mal nicht so lang machen, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.